Kirche ist entgegen ihrem Anspruch und Selbstverständnis nicht für alle da. Kirche wird mit einem Milieu identifiziert, zu dem man definitiv nicht dazugehören möchte. Konservativ etablierten ist Kirche und Gottesdienst einfach zu schlicht. Liberal-Intellektuellen ist sie zu unkritisch und unreflektiert. Performern ist sie zu unbeweglich, Expeditiven zu langweilig, Hedonisten ein Ort der Regeln und ohne Spaß und so weiter und so fort. Herzlich willkommen zu Glauben-Denken, unser Thema heute, warum die Kirche keine Zukunft hat, zwölf Gründe. Wir erleben gesamtgesellschaftlich eine offengeführte Diskussion, welche Rolle die Kirche in Zukunft in unserer Gesellschaft haben soll. Ja, ob sie als Volkskirche überhaupt eine Zukunft hat. Meine Überlegungen zum Thema gliedern sich in zwei Vorträge. In diesem ersten möchte ich zwölf Gründe dafür vortragen, dass die Kirche in ihrer vorliegenden Gestalt keine Zukunft hat. Die ungeschminkte Lageanalyse bündelt eigentlich nur, was an Erkenntnissen schon vorliegt. Mir liegt aber daran, nicht nur bei dieser ernüchternden Analyse stehen zu bleiben. In einem zweiten Vortrag werde ich darum erläutern, unter welchen Voraussetzungen Kirche, die Kirche, die Kirchen sehr wohl eine Zukunft haben und welche Umgestaltung es dafür braucht. Zunächst aber dieser erste Vortrag, warum die Kirche keine Zukunft hat, zwölf Gründe. Erster Grund. Kirche hat keine Zukunft, weil sie schlicht immer mehr Mitglieder verliert. Sie alle kennen die Zahlen. Die großen Kirchen verlieren massiv und beschleunigt Mitglieder. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt nicht nur linear, sondern wir kennen den Begriff aus der Corona-Debatte exponentiell. Gehörten in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit noch bis zu 90 Prozent der Bevölkerung zu einer der beiden großen Kirchen, so sind allein aus der evangelischen Kirche seit 1990 10 Millionen Menschen ausgetreten. Aktiv. Ich rede nicht nur von dem demografisch bedingten Mitgliederschwund. Kein Geringerer als einer der Vizepräsidenten des Kirchenamtes der EKD, Thies Gundlach, kommentiert im Hinblick auf den Charakter von Kirche als Volkskirche, Zitat, schlägt dieser beständige quantitative Verlust in eine neue Qualität um? Was bedeutet dies für das Ideal einer flächendeckenden Präsenz der Kirche? Wie verändert sich die Rede von der Volkskirche, wenn sie zwar weiterhin Großkirche bleibt, aber nicht mehr als Mehrheitskirche erfahren wird, so der ehemalige Vizepräsident der EKD? Wie Sie alle wissen, prognostiziert die Freiburger Studie bis 2060 einen Rückgang der Zahlen der Kirchenmitglieder um die Hälfte. Man mag aus wissenschaftstheoretischer Sicht diskutieren, ob solche Prognosen seriös sind. Vorstellbar ist durchaus, dass sich der Prozess sogar noch mehr beschleunigt. Sicher ist allerdings eines, der Volkskirche laufen die Leute weg. Dieser Tage im März 2022 kamen die Zahlen für das letzte Jahr und sie bedeuteten, dass 280.000 Mitglieder die Kirche aktiv verlassen haben, die evangelische Kirche. Die Hauptveranstaltung von Kirche, der sonntägliche Gottesdienst, setzt man freundliche Zähltage an, gerade noch von 3 bis 4 Prozent der Mitglieder besucht. Das sind Vor-Corona-Zahlen. Was die Pandemie davon übrig gelassen hat, muss sich ja erst noch zeigen. Mich überrascht immer wieder, wie sehr man auf diese Veranstaltungsform fixiert ist, die quasi ein Monopol darauf hat, Kirche zu sein. Mich wundert, welche enormen personellen und finanziellen Mittel man für diese marginalisierte, quantitativ kaum noch ins Gewicht fallende Veranstaltung einsetzt. Mich verwundert, dass die ständig zurückgehenden Zahlen angesichts der angeblichen Bedeutung dieser Gottesdienstform kaum ein Aufreger sind. Man hat sich weitgehend daran gewöhnt. Vielleicht ist das das eigentliche Problem. Wir sehen eine weit fortgeschrittene mentale Entfremdung weiter Teile der Bevölkerung von den Kirchen. Und damit bin ich schon bei meinem zweiten Punkt. Zweitens, Kirche hat keine Zukunft, weil sie kommunikativ ihre Anschlussfähigkeit verloren hat. Sie erreicht nur noch drei Lebenswelten in unserer milieufragmentierten Gesellschaft. Im Sinussprech sind dies die bürgerliche Mitte, vor allem natürlich die traditionsorientierten und in Teilen die sozial-ökologisch bewegten Menschen. Sie sehen in der Kirche ihre Heimat und fühlen sich in ihr Wohl. Sie dominieren darum auch das kirchliche Leben und prägen ihm ihren Stempel auf. Das Resultat, sattsam bekannt, aber wenig beachtet, so sehr, wie sich die einen in Kirchengemeinden oder aber auf Kirchentagen wohlfühlen, so klar spüren die anderen, die allermeisten, das ist nicht unsere Welt. Wolfgang Huber spricht von der Milieu-Gefangenschaft der Kirche. Ich zitiere ihn. Unsere Berührungsängste richten sich auf diejenigen, die an den Rand geraten sind. Genau wie auf diejenigen, die in Entscheidungszentren und Verantwortungsberufen tätig sind. Unsere Berührungsängste halten uns von vielen kulturell-kreativen genauso fern wie von wirtschaftlich Erfolgreichen. Mit dieser sozialen geht eine geistliche Milieuverengung einher. Wir wollen dem Volk aufs Maul schauen, aber wir hören nicht, was es sagt. Das ist geistlich besorgniserregend. Denn wir kennen den Kummer vieler Menschen nicht und auch nicht ihre Freude. Wir ahnen die Zweifel nicht, die sie in sich tragen, aber auch ihre Glaubensfestigkeit ist uns fremd. Wir würdigen das Engagement der Eliten nicht und sind sprachlos gegenüber den Ausgeschlossenen an den Rändern der Gesellschaft. Milieugrenzen zu überschreiten, ist der Kirche der Freiheit aufgegeben. Die Befreiung aus der Milieugefangenschaft ist für die Reform unserer Kirche zentral. Soweit Wolfgang Huber. So sehr die einen inkludiert sind, so sehr wissen sich die anderen exkludiert. Die nach beiden Seiten wirksamen Distinktionsschranken tun ihr Übriges. Kirche ist entgegen ihrem Anspruch und Selbstverständnis nicht für alle da. Kirche wird mit einem Milieu identifiziert, zu dem man definitiv nicht dazugehören möchte. Konservativ etablierten ist Kirche und Gottesdienst einfach zu schlicht. Liberal-Intellektuellen ist sie zu unkritisch und unreflektiert. Performern ist sie zu unbeweglich, Expeditiven zu langweilig, Hedonisten ein Ort der Regeln und ohne Spaß und so weiter und so fort. Kommunikationsbarrieren kommen dazu. Menschen bewegen sich heute je nach Milieuzugehörigkeit in unterschiedlichen Medien, an ganz unterschiedlichen Orten, lassen sich von sehr unterschiedlichen Zeitbegriffen leiten, leben in sehr unterschiedlichen Sprachwelten, richten sich ein in krass gegensätzlichen Ästhetiken und so weiter. Wer sie erreichen will, muss sich jeweils auf sie einstellen. Heutige Kommunikationskonzepte tun dies auch. In der Kirche hat man das nicht nötig. In ihr dominiert immer noch die Kompstruktur. Die Kirchengebäude und kirchlichen Immobilien wie Gemeinde und Pfarrhäuser sind ja da. Sie müssen bespielt werden. Das wird nicht immer so krass ausgedrückt wie im Votum des Pfarrers, der auf die Frage nach Adressaten und zielorientierten Veranstaltungen die Antwort gab, wir machen doch schon jeden Sonntag Gottesdienst für alle. Ein halbes Jahrhundert Gemeindeaufbau und Gemeindeentwicklungsprogramme haben als unhinterfragte Voraussetzung die Kompstruktur. Auch für die ausgesprochen attraktionalen Programme gilt, die Leute sollen in die Kirche, den Gottesdienst, in die Kirchlichen Immobilien kommen, alles andere wäre ja auch keine richtige kirchliche Veranstaltung, kein richtiger Gottesdienst und so weiter. So verliert man gerade die nachwachsende Generation, vermutlich auch schon einen erheblichen Teil der jetzt mittleren Generation. Junge Menschen gehen nicht in Kirche und Gemeindehäuser, nicht, wenn sie nicht müssen. Und nach der Konfirmation zu deren Vorbereitung sie mussten, müssen sie nicht mehr. Die Kompstruktur ist sowohl im immensen finanziellen Aufwand sichtbar, den diese steinreiche Kirche für ihre Immobilien treibt, von denen sie sich nur schwer trennen kann, weil sie für ihre vergangene Größe steht. Sie ist identifizierbar aber auch in der Schwerpunktsetzung auf den Erhalt der Gemeindefahrämter und die auch im frommen Flügel gegebene Bereitschaft, die sogenannten Sonderfahrämter zu reduzieren. Sie sind ja eigentlich nicht nötig, weil sie nicht der Gemeinde dienen. Aber ausreichend mit diesen funktionalen Diensten ragt die Kirche ja hinein in die unterschiedlichen Lebenswelten der Menschen. Die angebliche Konzentration auf die Kernkompetenz ist in der Sache die Monopolisierung der Kernmilieus, die man, solange es geht, bei der Stange halten will. Theologisch bedeutet das, dass Kirche ganz unevangelisch Bedingungen aufrichtet für ein Mitleben in der Gemeinschaft der Heiligen. Wenn du Christ sein willst, in der Kirche leben willst, musst du unsere subkulturelle Prägung annehmen und teilen. Sozio-kulturell geht es a. um die Theorie der Orte und Unorte, wie sie unter anderem der französische Soziologe Michel Foucault entwickelt hat, nachdem Menschen instinktiv bestimmte Orte favorisieren und andere ebenso instinktiv meiden. Es geht weiter b. um die Frage der Ästhetisierung des Alltags, inklusive Musik, Formen sprachlicher Verständigung, Stilisierung der eigenen Lebenswelt. Wie der ebenfalls französische Soziologe Pierre Bourdieu in seiner bahnbrechenden Arbeit über die feinen Unterschiede herausgearbeitet hat, kommt dieser individuellen Ästhetisierung, mit der ich mich zugleich einem Milieu oder Submilieu anschließe, eine zentrale Bedeutung für das Selbstverständnis von Menschen zu. Weder die Orte noch die Ästhetisierung kann ich heute in Zeiten der Religion als Gegenstand individueller Wahl einfach vorgeben. Es geht weiter c. um die Frage der Ressourcenverteilung und Ressourcengerechtigkeit. Wenn der überwiegende Teil der Finanzmittel der Kirche in die Erhaltung des kirchengemeindlichen Lebens fließt, inklusive Gemeindefarmt etc., dann werden hier vor allem zwei Milieus bedient und massiv bevorzugt. Das traditionelle Milieu und die bürgerliche Mitte. Erik Flügge stellt fest, 90% der Kirchenmitglieder bezahlen, was noch mit abnehmender Tendenz 10% nutzen. Das irritiert. Kirche ist mitnichten für alle gleich da. Und wenn Menschen dann aus Anlass von Kasualien, für die sie ein Leben lang gezahlt haben, auf unflexible Kolleginnen und Kollegen stoßen, die ihren Gestaltungswünschen gegenüber mit kirchlichen Ordnungen argumentieren, ist die Kommunikation vollends gestört. Weil Kirche oft genug und wieder mal wie eine Behörde auftritt. Und damit bin ich nahtlos bei meinem dritten Punkt. Drittens, Kirche hat keine Zukunft, weil Kirche ein geschlossenes System und veränderungsunfähig ist. Kirche ist als System selbst erhaltend, als Institution selbst behauptend und als Milieu selbst ergänzend. Viele kleine Anpassungen führen dazu, dass das System als solches überleben kann, ohne sich grundlegend ändern zu müssen. In der Konsequenz ist heute Kirche als Institution vor allem damit beschäftigt, die nötigen Anpassungsprozesse wie Fahrpläne und Immobilienpläne zu organisieren. Da aufgrund des hohen Gegendrucks immer nur die notwendigsten Anpassungen passieren, werden diese angesichts der sich immer weiter verändernden Gegebenheiten in so kurzen Abständen nötig, dass Kirchenleitungen und Kirchengemeinden aus den Schrumpfungsprozessen und den damit verbundenen Ringen vor Ort gar nicht mehr herauskommen. Die Professionalität, mit der Verwaltungen die Änderungen administrativ umsetzen, wird Kirche geradezu zum Verhängnis. Die Konsequenzen sind, die Kirche ist im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt, Man vergegenwärtige sich das in etwa den süddeutschen Landeskirchen und den anderen sieht es vergleichbar aus, bis zu 40 Prozent der Gebäude und der Stellen in den kommenden Jahren gestrichen werden müssen. Kirche erscheint als Institution, die im Wesentlichen mit Überleben und Selbstbehauptung beschäftigt ist, der es um sich geht und weniger um andere. Systemanpassungen verhindern, Systemänderungen. Selbst das Setzen von Schwerpunkten durch Ressourcenkonzentration wird extrem schwierig, weil es angesichts knapper Mittel kaum noch konsensuell organisierbar ist. Die Kürzungen im Rasenmäherstil verhindern notwendige Schwerpunktsetzungen, mit denen man als Leuchtfeuer Zukunftsfähigkeit gewinnen und signalisieren könnte. Die Rettungsaktionen, mit denen man mal zu erhalten sucht, was auf Dauer ohnehin keine Zukunft hat, fressen die verbliebenen Ressourcen für Veränderungen auf. Und fast alle spüren, so geht es nicht weiter. Das System reagiert aber insgesamt wie der Frosch, der nicht aus dem immer heißer werdenden Wasserglas springt, weil sich dieses ja nur langsam erwärmt. Kirche erscheint als veränderungsresistent mit verheerenden Folgen für die, die sich zum Teil schon sehr lange in ihr und für sie engagieren. Ja, an ihr leiden. Selbst Gutwillige suchen in Zeiten alternativer Optionen effizientere Alternativen als Kirchenreform. Es gibt inzwischen viele, sehr viele, die diesem Prozess nicht weiter zusehen und auch nicht Teil von ihm sein wollen. Warum sich abmühen, wenn ich ohne jede Mühe eine eigene Gemeinde gründen oder mich einer lebendigen, ästhetisch ansprechenden und meinem modernen Lebensgefühl entsprechenden Gemeindebewegung anschließen kann? Die Frage ist, ob ein solcher Systembruch nicht letztlich unausweichlich ist. Eine über Jahrhunderte gewachsene, hierarchisch aufgebaute Behörde bremst Aufbrüche und Initiativen der Basis zuverlässig aus, bindet sie ein und verhindert so Schlimmeres. Formierend sind die Systeme, die Kontroll-, die Versorgungs- und die Theologenlogik. Ich nenne zwei Beispiele, die Licht auf die Situation werfen. In den letzten anderthalb Jahren habe ich so viel Post vom Oberkirchenrat bekommen, wie noch nie zuvor. Ausführungsbestimmungen zum Umgang mit der Corona-Krise ohne Ende, mit denen man versuchte, die jeweils aktuellen staatlichen Vorgaben umzusetzen. Das Hauptproblem dabei, wie gehen wir damit um, dass Menschen das Abendmahl empfangen, ohne leibhafte Anwesenheit von Pfarrpersonen. Ist das überhaupt denkbar? Unter welchen Umständen ist das eventuell legitim? Viele Menschen gehen mental unter und die Kirche ist mit Regularien beschäftigt. Ein zweites Beispiel aus meiner Heimatkirche in Württemberg. Laut einem der letzten Jahresberichte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg entspricht die Zahl der neu in der Behörde des Oberkirchenrates geschaffenen Verwaltungsstellen, exakt der Zahl der aus finanziellen Gründen gestrichenen Pfarrstellen in den Gemeinden. Wenn wir schon zugrunde gehen, dann wenigstens geordnet. Vierter Grund. Kirche hat keine Zukunft, weil konstantinisches Kirchentum nur noch eine historische Größe ist. Kirche ist historisch eine Größe, aber eben nur noch historisch. Kirche, die sich auf diese mit mannigfachen Privilegien verbundene Monopolstellung und Struktur fixiert, hat ihre Zukunft hinter sich. Ihre vergangene Größe ist ihr größtes zukünftiges Handicap. Ihre Zukunft sucht man dann in der Vergangenheit, in der Fixierung auf sie, in der Beschwörung einstiger Größe, der Dom, das Münster, das evangelische Pfarrhaus als Brutstätte des Geistes, das evangelische Stift etc. pp. Ihr angesammelter kultureller Schatz ist zugleich die größte Hürde und Barriere für kulturelle Neugewinne. Wir haben doch schon alles über genug. Kirche hängt mental und strukturell in der Vergangenheit fest. Sie ist nicht nur mental und kulturell ein Traditionsverein. Ihre parochiale und ortsgemeindliche Gliederung hatte Sinn, als sie für den Staat Funktionen der Kontrolle der Bevölkerung wahrnahm. Ihre behördenmäßige Administration hatte Sinn als gleichberechtigtes Gegenüber zum Staat. Ihr Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach hatte Sinn, als sie die Institution war, der die moralische Prägung und Indoktrination der Bevölkerung oblag. Der staatliche Kirchensteuereinzug hatte Sinn, weil diese geregelte Form der Mittelbeschaffung die Finanzierung ihrer institutionellen Funktionen sicherstellte. Kirche kann nicht Abschied nehmen von dem, was in einer 1700 Jahre gewordenen Ehe mit dem Staat geworden ist. Sie realisiert nicht, dass ihr der Mantel oder besser die Rüstung Sauls inzwischen viel zu groß und auch zu schwer geworden ist. Von Kindergärten und Kitas über evangelische Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen bis hin zum Religionsunterricht an den Schulen. Sie hat vielfach keine Kraft mehr, evangelisch zu prägen. Sie ist nicht bereit, den Epochenbruch wahrzunehmen, den das Ende der konstantinischen Ära bedeutet. Als Konsequenz der Trennung von Staat und Kirche, der Säkularisierung, der Privatisierung von Religion, der Relativierung von Christentum als der dominanten Glaubensform, der programmatischen Pluralisierung, die nicht nur Pluralität akzeptiert, sondern Pluralismus zum Programm macht und sich natürlich in erster Linie gegen die alten Platzhirsche wendet, gegen Traditionsabbruch und Verlust der Pastoralmacht, der Multioptionsgesellschaft, die auch Kirche den Marktkräften aussetzt und sie nicht besonders gut aussehen lässt. Ihre Tragik ist, dass sie systemkonform, aber wie nicht zuletzt auch die Corona-Krise gezeigt hat, nicht mehr systemrelevant ist. Offene Baumärkte sind für jedermann sichtbar wichtiger als offene Kirchen. Kirchen hätten protestieren müssen gegen das hunderttausendfache Massenelend ohnehin schon unter ihrer Isolation leidender Menschen. Sie hätten protestieren müssen gegen eine Verabsolutierung der medizinischen Perspektive und der buchstäblich resultierenden, sehr einseitigen Konstitution sozialer Wirklichkeit. Kann der programmatische Protest gegen alles Normative, das unbedingte Plädoyer für das bunte und vielfältige, den Vorrang der Individuellen vor allen allgemeinen Wahrheit nicht auch gelesen werden, als Reaktion auf eine außerordentlich wirksame, aber ebenso unheilvolle Melange von staatlicher Macht, kirchlicher Dominanz und griechischem Geist? Platons Philosophie setzt die Ideen, die Welt, es gebe das wesentlich Wahre und Richtige. Die Kirche besetzt die Wahrheit durch absolute letzte Offenbarungsansprüche, die der Staat sichert, unter der Bedingung, dass die Kirche wiederum ihn legitimiert. Geht nicht ein anhaltendes Aufatmen durch die Gesellschaft, dass diese Zeit, die sich tief ins kulturelle Gedächtnis eingetragen, eingebrannt hat, nun endlich vorbei ist? Fünftens. Kirche hat keine Zukunft, weil viele Christen sich schämen, zur Kirche zu gehören und sich deshalb auch nicht gerne zu ihr bekennen. Sie schämen sich für eine Kirche, die der Grund dafür ist, dass so viele, vor allem junge Menschen, nichts mehr vom Evangelium erwarten, Glauben für veraltet, überholt und unglaubwürdig halten und auch Jesus als Hoffnung abgehakt haben. Sie möchten sich am liebsten von einer Kirche und einem Christentum distanzieren, das dem, worum es geht, geradezu im Weg steht. In welchem Umfang engagiert sich diese im internationalen Vergleich unglaublich wohlhabende Kirche für die, die materiell und geistig arm sind? Wie nahe steht sie wirklich bei denen, deren Einstellungen schlicht sind? Wie heftig sind die Ekelschranken, die man gegenüber den Anschauungen im prekären Milieu vorfindet, von denen man sich als ordentlicher Protestant ja nur avers abwenden kann? Natürlich ist Kirche ein durch und durch menschlich, allzu menschliches Unternehmen und das wird sich auch bis zum jüngsten Tag kaum ändern. Schlimm ist aber, dass Menschen sich eben nicht nur von Kirche, sondern auch von Gott und vor allem von Jesus abwenden, weil auch das an vielen Orten beanspruchte Gutmenschentum im traditionellen oder bürgerlichen oder sozial-ökologischen Gewand geistlich eben nicht satt macht. Muss man sich nicht geradezu von Kirche distanzieren, wenn man deutlich machen will, was christlicher Glaube bedeutet, von allem verknöcherten, antiquierten, vergangenheitsfixierten, unmoralischen Machtstreben und Selbstbehauptungswillen in frommem Gewand aller Bigotten durch die Taten widerlegten Botschaft? Viele Menschen schämen sich nicht ihres Glaubens oder Gottes, aber einer Kirche, die immer noch als moralische Anstalt auftritt und ihre Rolle als sittlicher Zuchtmeister bis heute nicht ganz aufgegeben hat, die andere beschämt, aber zum Fremdschämen ist, weil sie den eigenen ethischen Standards nicht Genüge tut. Aktuelles Beispiel ist die absolut unbefriedigende Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, die unglaubliche Energieverschwendung durch das aufwendige Aufheizen ausgekühlter Steinungetüme für eine Stunde Gottesdienst, die auch im Gemeindehaus nebenan eigentlich stattfinden könnten, oder die skandalöse Verwendung von Kirchensteuermitteln, die nur zu einem kleinen Teil diakonischen Zwecken zugute kommt. Sie schämen sich einer Kirche, die in ihrer Traditionsverhaftung, in ihrer Beschäftigung mit sich selbst, in ihrem Hängen an alten Zöpfen und überkommenen Regeln nur peinlich ist, die seltsam wirkt, aus der Zeit gefallen, mit ihrem hohen Alter und ihrer Modernisierungsverweigerung, mit ihrem Ruch als alte Leute-Club und Traditionsverein, auch mit ihrer Fortschrittsskepsis und ihrer Leistungsfeindlichkeit, die aber immer noch beansprucht, allen etwas zu sagen zu haben, die moralisch diskreditiert ist, weil sie sich über anderthalb Jahrtausende zum Büttel des Staates gemacht hat, die Bevölkerung kontrolliert und überwacht hat, weil sie meist auf der Seite der Stärkeren stand und viel zu wenig die Partei der Schwächeren eingenommen hat, die aber trotz allem immer wieder mit einem hochmoralischen Anspruch daherkommt, die für Besserwisserei steht und Hochmut, die bis heute in unterschiedlicher Weise den Gottesstandpunkt für sich beansprucht, trotz aller Schuld, in die sie sich verstrickt hat und allem Druck, den sie auf Menschen ausgeübt hat, ganz gleich, ob sie sich durch individualethische, vorzugsweise sexualethische Restriktionen hervortut oder durch Weltuntergangsszenarien motivierte Fahr- und Essverbote oder politisch agitierte Kontaktverbote zu Menschen, deren mentale Einstellungen ihre führenden Repräsentanten nicht nachvollziehen können. Kaum eine gesellschaftliche Institution fordert mehr zu Toleranz auf, kaum eine zieht gleichzeitig mehr Distinktionsgrenzen und Ekelschranken hoch. Menschen aus dem hedonistischen Milieu sind viel zu unpolitisch. Personen aus dem prekären Milieu leben verabscheuungswürdige Geschlechterklischees und tendieren dazu, rechtsextrem zu wählen und zu denken. Die Adaptiv-Pragmatischen denken nur an sich und wie sie weiterkommen. Die bürgerliche Mitte ist viel zu brav und familienbezogen. Die Postmodernen ticken zu individualistisch und haben keinen Blick für die Gemeinschaft, ganz zu schweigen von den egotaktischen Adrenalin-Junkies, die nur noch ihre Selbstfindung suchen. Die Traditionsorientierten sind nun ja einfach nur im Weg, wenn es um Veränderungen geht. Die konservativ etablierte Elite hat nur Interesse an der Stabilität des Systems, ähnlich die Performer, die sich als Workaholics kaputtarbeiten. Eigentlich richtig und wichtig sind nur die Menschen mit einer postmateriellen Einstellung am besten sozial-ökologisch zugespitzt. Menschen schämen sich einer Kirche, die gar nicht merkt, wie sie sich mit den vorhersehbaren Verlautbarungen ihrer Repräsentanten selbst banalisiert und ihre gesellschaftliche Bedeutung bagatellisiert. Traut man sich wirklich nichts anderes mehr als Civil Religion? Menschen, sie schämen sich einer Kirche, die trotz des Verlustes ihrer Pastoralmacht nicht davon lassen kann, anderen Menschen sagen zu wollen, wie sie zu denken, handeln und zu reden haben, ganz gleich, ob das unter Frommer, Öko- oder Gender-Flagge geschieht. Die gar nicht mehr merkt, dass die meisten sich von niemandem und auch von ihr, von ihr schon gar nicht, mehr sagen lassen, was sie zu denken und wie sie zu leben haben. Die nicht kapiert, dass der klassische normative Horizont von sehr vielen Menschen gar nicht mehr nachvollzogen werden kann. Stattdessen übt sie sich wieder peinlich in Zivilisationskritik an Postmoderne als Verfallsprodukt, ohne zu kapieren, was die Stunde geschlagen hat und was es hier zu lernen und zu profitieren gibt. Sie schämen sich für eine Kirche, die für beispielloses Versagen bei überragender Verantwortung steht, aber von Ausnahmen abgesehen nicht zu ihrer mannigfachen Schuld steht, deren kritischer Habitus doch nur möglich ist, weil sie einen riesigen Blindenfleck hat, der es ihr ermöglicht, die den Glauben diskreditierende Amalgamierung von Religion, der Nächsten- und Gottesliebe und zugleich Legitimation von staatlicher Gewalt wie eigener Sozialmachtpraxis zu übersehen. Wäre sie sich hier des Schadens bewusst, den sie mitverantwortlich angerichtet hat, würde sie dann nicht demütiger und nur noch um Heilung und Hilfe bemüht auftreten? Könnte Kirche nicht dann erst wieder glaubwürdig auftreten, wenn sie bewusst durch die schrecklichen Seiten der Christentumsgeschichte hindurchgegangen wäre? Und wie würde sie dann auftreten, wenn sie durch einen solchen Prozess hindurchgegangen wäre? Wäre nicht Umdenken und Umgär die zentralen Begriffe für eine Kirche, die sich ihr Versagen vergegenwärtigt? Und nicht Kritik vor allem an anderen? Wir erleben dagegen eine Kirche, die nach wie vor als moralische Institution auftritt und anderen predigt, aber selbst, jüngstes furchtbares Beispiel, der schon angesprochene mannigfache sexuelle Missbrauch nicht in der Lage ist, ohne wenn und aber ihre Schuld zu bekennen, aufzuräumen und den Betroffenen angemessene Hilfe zu leisten. Wenn es die denn überhaupt geben kann. Eine Kirche, die Wein trinkt und Wasser predigt, die die Mittel hätte, sich in beispielloser Weise Menschen in prekären Lebensverhältnissen und diakonisch zu behebender Not zuzuwenden, aber lieber zu Spenden auffordert und einen befürchteten Rückgang von Kirchensteuern beklagt, die jedenfalls bei uns immer noch unglaubliche materielle Möglichkeiten und Humanressourcen hat, diese aber verschwendet, weil sie sich nicht von überkommenem Denken lösen mag. Zu denken ist an das implizit immer noch zu findende ekklesiologische Konzept des Full-Service in jeder Kirchengemeinde. Alle müssen dieselben Komplettleistungen erbringen. Es wird durch das oftmals gegebene Konkurrenzdenken zwischen benachbarten Gemeinden noch angeheizt. Wenn die, dann wir auch. Zu denken sind an die in Groß- und Mittelstädten immer noch zu findenden mit erheblichem Aufwand vorbereiteten und parallel durchgeführten Gottesdienste, die sich nahezu zur selben Zeit an nahezu dasselbe Publikum wenden und das im Regelfall nicht wegen Überfüllung. Was für Möglichkeiten der Milieuüberschreitung gäbe es hier, wenn die Ressourcen sinnvoller eingesetzt würden und Menschen in der Großstadt und selbst auf dem Land zugemutet würde, was sie doch auch sonst schon üben, mobil und etwas flexibel seien. 6. Kirche hat keine Zukunft, weil sie nicht mehr lebensnotwendig ist. Man weiß schlicht nicht mehr, warum man sich zu ihr halten soll, abgesehen natürlich von denen, die ihr kirchliches Leben als Traditionsverein gestaltet haben und mit Klauen und Zähnen diese Gemeinschaftsform als die Kirche verteidigen. Aus ihrer Sicht natürlich zu Recht. Kirche ist vom Konzept her eine Rettungsboot-Gemeinschaft, das allen in Not eine Zuflucht bietet. Bei einem Rettungsboot geht es nur darum, dass ich drin bin, mich an das klammere, was ich habe, unbedingt hinein will und drin bleiben möchte. Da interessiert nur sekundär, wer sonst noch drin ist und mit wem ich mich arrangieren muss. Dieses Rettungsboot ist einfach notwendig. In theologisch manchmal fragwürdiger und manchmal problematischer Weise hat es Kirche über 1500 Jahre geschafft, sich als eine solche für das Leben notwendige Gemeinschaft zu etablieren. Zu nennenswerten Zahlen von Kirchenaustritten kam es erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Für diese unverzichtbare Systemrelevanz gab es politische, kulturelle und natürlich auch theologische Argumente, die wir heute teilweise aus guten Gründen nicht mehr teilen. Wie sieht aber eine alternative Begründung von Kirche aus? Ist ihre Noch-Existenz ihr stärkstes Argument? Positiv gefragt, worin besteht denn die Seenot, aus der sie rettet? Haben wir die als Kirche nicht vielleicht selber durch universalistische Ansätze und religionstheologische Dialogkonzepte beseitigt? Sind wir uns vielleicht im Gegensatz zu philosophischen Konzepten, die die abgründigen Nöte in dieser Welt vielfach viel radikaler und offener ansprechen, auch zu fein geworden, um das zu tun? Wo ist Kirche heute die Speerspitze kultureller Entwicklung? Wo liefert sie, wie von Jürgen Habermas gefordert, Beiträge, die für eine normativ kraftlos gewordene praktische Vernunft unverzichtbar sind? Wo ist vor allem ihr theologischer Anspruch geblieben, dass es an Jesus Christus vorbei keinen Weg zu Gott als Vater gibt? Wo liefert sie eine Weltanschauung, die den Abgründen und Gräueln der täglich erfahrbaren Geschichte gewachsen wäre? Wo sie, um nicht als unmodern zu erscheinen, ihren biblisch-theologisch begründeten, sotheologischen und kosmologischen Rucksack über Bord geworfen hat, da hat sie gleichzeitig auch ihre Existenzberechtigung aufgegeben. Als gesellschaftliche Institution zehrt sie noch von den über Jahrhunderte gewordenen Einfluss der Vergangenheit. Ansonsten ist eigentlich nicht mehr zu verstehen, warum man sich zur Kirche halten soll. Ein konventionelles Mitgliedschaftsmodell dominiert. Dieses ist aber sehr instabil. Es braucht nur eine kleine Irritation, um von Mitgliedschaft zu Austritt umzuschalten. Spiritualität gibt es woanders lebendiger und interessanter. Ewiges Heil gibt es doch überall, wenn ich der dominanten universalistischen Verkündigung und pluralistischen Religionstheologie folgen darf. Diakonische und soziale Hilfe liefern viele. Sind DRK und ASB etwa schlechter? Geselligkeit im Verein finde ich auch woanders. Bildung und Kultur sowieso. Politisches Engagement bringen doch schon die Parteien. Es ist nett, dass es das alles gibt, genauso wie Sport und Chorarbeit, dass es das alles auch in den Kirchen gibt. Aber die entscheidende Frage lautet doch, warum soll ich mich in der Kirche halten? Was ist der Daseinszweck von Kirche? Was bietet mir Kirche, was ich lebensnotwendig brauche und was ich nur hier finde? Ich habe auf meinem Rechner einen Ordner mit dem Namen EKD-Quark. In ihm sammle ich die jeweils neuesten, völlig entbehrlichen Äußerungen. Eine der neuesten EKD-Blumen ist der EKD-Text 136, Bezahlbares Wohnen. Andere Themen, zu denen sich dann auch noch die Kirche zu Wort meldet, friedliches Zusammenleben, Toleranz und Dialog, Antisemitismus und Islamophobie, leere, abgestandene, in der Regel wenig hilfreiche Normativität. Bitte nicht falsch verstehen. Das sind ungeheuer wichtige Anliegen. Aber was ist der spezifische Beitrag der Kirche zu Ihnen? Plappern Sie nicht nur nach. Konkret, was hilft das Evangelium von Jesus Christus in diesen Fragen? Ich bringe das Problem mal auf einen horrible Dictu marktwirtschaftlichen Nenner. Und bin beim Punkt 7. 7. Kirche hat keine Zukunft mehr, weil Kirche ihren Unique Selling Point, ihr USP, verloren hat. Wofür ist Kirche da? Wofür steht sie? Sie allein? Was macht sie unverwechselbar? Was finde ich nur bei ihr? Was sollte mich in dieser Welt der Optionenvielfalt der tausend religiösen Möglichkeiten und vielfältigen Lebensstilkonzepte dazu bringen, Kirche in irgendeiner Weise für unverzichtbar zu halten? Eine allgemein überzeugende Antwort gibt es nicht. Die unterschiedlichen Gruppen bringen in ihre total gegensätzlichen Definitionen und Konstitutionen von Kirche jeweils ihre speziellen Partikulareinsichten und Interessen mit ein. Natürlich. Das Ergebnis ist Kirche als Selbstbedienungsladen, in dem jeder seine Anliegen mit der spirituellen Weihe versehen lassen kann. Er vertrete ja ein kirchliches Anliegen. So verliert man Identität. Identität diffundiert eben auch, weil nicht mehr um sie gerungen wird. Nicht mehr um das gerungen wird, wofür Kirche vor allem steht. Weil das nicht mehr sichtbar ist. Ich unterstelle Böse auch nicht mehr sichtbar sein soll. Weil ein gut gemeinter Pluralismus, der sich liberal begründet, für alles und jedes in der Kirche Platz sieht und jedes individuelle Anliegen kirchlich tauft. Eben weil ja alle Individuen gleich viel wert sind. Und so schließt man schief darum auch ihre Anliegen und Anschauung. Man darf ja niemanden ausschließen. Das Ergebnis ist ein Jahrmarkt oder ein Supermarkt, in dem man fast alles findet. Aber warum soll man ausrechnet den aufsuchen, wenn man seine Bedürfnisse und Wünsche eben auch woanders gut befriedigen kann? Wenn es etwa den Fachmarkt um die Ecke gibt, dessen Personal qualifizierter ist und dessen Ware hochwertiger ist? Kirche reagiert auf diese Fragen nicht mit einer Konzentration und Fokussierung, sondern mit einer Verbreiterung ihres Angebotes. Aber warum soll ich mich in der Kirche für ökologische Anliegen einsetzen, wenn ich das woanders auch gegebenenfalls besser tun kann? Warum soll ich mich in der Kirche für soziale Anliegen einsetzen, wenn das die SPD und Linke auch gegebenenfalls professioneller macht? Warum soll ich in der Kirche gegen Kriege protestieren, wenn die pazifistischen Vereinigungen das auch gegebenenfalls überzeugender und effizienter tun? Warum soll ich mich zu Gottesdienst und Ständerling einfinden, wenn Sportvereine mir ebenfalls Gemeinschaft bieten, womöglich viel ungezwungener? Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass es all das in der Kirche gibt. Es ist nur nicht einzusehen, warum man das in der Kirche suchen soll, positiv formuliert, was das jeweils mit ihrem Markenkern zu tun hat. Finde ich hier Gründe, die mich heute noch zur Kirche halten? Ein weiterer, noch einmal anderer Punkt. Achtens, Kirche hat keine Zukunft, weil Kirche falsch ausbildet, die falschen Leute ausbildet und auch noch stolz darauf ist. Im Studium findet sich Althebräisch, Altgriechisch, Altphilologie und Althistorie. Und wir sind zu Recht dankbar dafür, weil und wenn es uns hilft, einen vertieften Zugang zu Gottes Handeln in der Geschichte zu finden. Ergebnis der theologischen Ausbildung sind aber viel zu oft kleine theologische Wissenschaftler, statt der zu Gemeindegründung in der Großstadt fähigen Entrepreneure. Wir bilden aus halbgelehrte Stadtmanager, die auf die Herausforderung eines siebenstelligen Haushaltsvolumens und der Personalführung vorbereitet sind. Wir bilden aus monologisierende Pastoren statt Kommunikateure, die sich milieusensibel in unterschiedliche Lebenswelten einfädeln können. Das Studium ist so angelegt, dass die Milieuverengung des hauptamtlichen Personals geradezu programmiert ist. Kinder aus Bildungshaushalten sind favorisiert. Bestimmend sind stille Sanktionen bewährte Voraussetzungen. Erstens, Mittelpunkt kirchlichen Lebens ist das Veramt, sprich das Gemeindeveramt. Konsequenz, der eine Geistliche wird zum Bottleneck, der über Wohl und Wehe einer Gemeinde entscheidet. Voraussetzung 2, der Theologe ist das Non plus ultrakirchlicher Berufe. Konsequenz ist die Pfarrerkirche, die Rückführung der Diakonenstellen, die Reduktion ausrechnet der Dienste, mit denen man in die Lebenswelten der Menschen hineinreicht. Voraussetzung 3, es muss natürlich theologische Hauptamtliche geben, die die Gemeinde leiten. Sie dominieren, sie bestimmen, auch wenn sie von der Berufs- und Arbeitswelt derer, für die sie verantwortlich sind, vielfach wenig Ahnung haben. Im Gegenteil, von Privilegien zehren, sie sie zunächst einmal unsensibel machen für die Herausforderungen, vor denen ein normales Gemeindeglied steht. Ich bin unheimlich dankbar, dass Gehalt und Pension in Corona und anderen Krisenzeiten automatisch weiterlaufen. Aber ich habe eben keine Ahnung davon, unter welchem Druck hier andere Gemeindeglieder kommen, von der Putzfrau bis hin zum Kleinunternehmer. Die verantwortliche Mitwirkung des Ehrenamtes in der Kirche oder gar die Leitung von Kirche hat trotz jahrzehntelanger Debatten keine Chance und soll wohl auch keine haben. Sie wäre ja viel zu riskant und bürge die Gefahr revolutionärer Ideen und tiefgreifender Veränderung in sich. Notabene, problematisch sind nicht gut Ausgebildete zu Reflexionen wie den vorliegenden fähigen Theologen. Problematisch sind erstens die Theologenkirchen und zweitens die Ekklesiologie, die sie trägt und zugleich erfordert. Neunter Punkt, neunter Grund. Kirche hat keine Zukunft, weil Kirche eine Theologie duldet, akzeptiert und sogar fördert, die tödlich ist und geistliches Leben wie Gemeindewachstum zerstört. Das gilt systematisch theologisch. Glaube ist akzeptabel, artikulierbar, lediglich als Fides qua, als Bewusstseinszustand. Fides qua, die Glaubensinhalte, ist potenzielle Quelle für Konflikte. Eine Auseinandersetzung mit materialen, theologischen Fragen findet kaum noch statt. So wird das Gespräch mit den Naturwissenschaften allenfalls unter ethischen Gesichtspunkten geführt. Wo kommt Gott noch als die allesbestimmende Wirklichkeit, etwa im Sinne von Wolfhard Pannenberg, ins Spiel? Wo bleibt eine aus der Mitte des christlichen Glaubens heraus begründete evangelische Ethik? Das gilt zweitens biblisch-theologisch. Wissenschaftliche Exegese biblischer Texte geschieht unter Ausschluss des Gottesgedankens, ganz gleich, ob die Maxime des methodischen Atheismus sie in einen Dauerkonflikt mit ihrem Gegenstand bringt. Die durch den Kirchenvater Immanuel Kant erzwungene und weithin gültige subjektphilosophische Voraussetzungen kulturprotestantischer Theologie bedingt, dass theologisch nur noch Gottes Vorstellungen thematisiert werden können. Von Gottes Wirklichkeit darf, unabhängig von der Frage, ob sie sich historisch aufdrängt, a priori nicht mehr gesprochen werden. Akademisch wird die Bibel geköpft und um ihren eigentlichen Anspruch gebracht. So bringt man sich um die eigene Pointe, bricht den eigenen Aussagen selbst die Spitze ab und bagatellisiert sich akademisch und öffentlich selbst. Praktisch-theologisch. Es gilt der im Studium verbreitete Grundsatz, ich formuliere polemisch, je gemeindeferner, desto besser. Je weniger Praxisrelevanz, umso mehr wissenschaftliche Bedeutung, mindestens Anerkennung. Der Bezug auf Glaube wäre ja unwissenschaftlich. Das Schielen nach praktischer Relevanz würde die beanspruchte wissenschaftliche Objektivität infrage stellen. Theorie des Christentums, ja, nicht aber Glaubenskommunikation. So entsteht eine Ausbildung, die nicht der Kirche dient. Und das gilt eben auch kirchengeschichtlich. Kirchengeschichte degeneriert zur Theorie von Theoriebewegungen. Sie ist nicht mehr Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift, wie etwa bei Gerhard Ebeling. Verstanden als Missions-, Erweckungs- und Beispielgeschichte, als Best-Practice-Geschichte. Die Konsequenz, Gott als Wirklichkeit, kommt im Theologiestudium nicht vor. Es wäre unwissenschaftlich, ihn als Realität ins Spiel zu bringen. Eine Auseinandersetzung mit dem alles beherrschenden methodischen Atheismus des modernen Wissenschaftsbegriffs passiert nicht. Ist das Resultat einer gottfreien Theologie nicht konsequenterweise eine Kirche, der kaum etwas anders bleibt als Schaftelhuberei? Theologie löckt nicht wieder den Stachel, wie es ihre Aufgabe wäre, deren Wahrnehmung allein, so noch mit Recht Karl Barth, ihre Existenz im Rahmen der Universitas Literarum rechtfertigen kann. In der Folge zerfällt vielen theologisches Studium und dann Vikariat und fahramtliche Praxis in zwei unsägliche Teile. Zunächst eine Theologie weitgehend ohne Kirchenbezug und schließlich eine Kirche kirchliche Praxis vielfach ohne Kraft oder Zeit für die Theologie. Ein zehnter Grund, warum Kirche, diese Kirche, keine Zukunft hat. Kirche hat keine Zukunft, weil sie nicht mehr weiß, wer sie ist und weil sie scheut und zutiefst ablehnt, was sie ist. Genau deshalb kann sie zum Gemischtwarenladen werden, der keine Identität mehr besitzt. Statt Profil zu zeigen, ist sie im verzweifelten Bemühen, Relevanz für viele, für alle zu gewinnen, nur noch Profil für das Viele und Vielerlei. Um es noch einmal mit dem postmateriell perhostierten Marketing-Sprech auszudrücken, alles ist keine Zielgruppe. Allen alles Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann und bei der man am Ende mit Sicherheit beides verliert, Identität und Relevanz. Kirche weiß nicht mehr, wer sie ist und folgt unterschiedlichsten Identitäts- und Relevanzverlockungen, weil sie vergessen hat, wer sie ist. Es ist der postmoderne italienische Philosoph Giorgio Agamben, der den Kirchen in seinem Kommentar zum Römerbrief, der messianischen Zeitbegriff in Erinnerung ruft, der für die Kirche eigentlich kennzeichnend ist. Zwischen der Auferstehung und dem apokalyptischen Ende ist sie nicht einfach chronologisch ablaufende, sondern qualifizierte Zeit. Ich zitiere Agamben, sie ist die operative Zeit, die in der chronologischen Zeit drängt, die diese im Inneren bearbeitet und verwandelt, die Zeit, die wir benötigen, um die Zeit zu beenden. In diesem Sinne die Zeit, die uns bleibt. Sie ist die messianische Zeit, sagt Agamben. Die Zeit, Zitat, die die Zeit benötigt, um zu Ende zu gehen. Das definiert den Modus kirchlicher Existenz. Kirche lebt in der Zeit, die ihr noch bleibt, aber nicht in anhaltend verlaufender, kontinuierlicher, immer bleibender Zeit. Der hier von Agamben vertretene apokalyptische Zeitbegriff begründet allererst Kirche und ihre spezielle Geschichte. Sie ist Kirche im apokalyptisch-esiatologischen Horizont. Seine Koordinaten geben ihr messianische Qualität, die wiederum ihre unverwechselbare Identität ausmacht, eine Identität, die sie sich nicht leihen muss, sondern die ihr ureigen ist. Kirche ist eingespannt zwischen Ankunft und Wiederkunft, Christi. Schon Teil der Neuen und noch Teil der Alten Welt lebt sie bis zum Zerreißen aufgespannt zwischen Altem und Neuen Äon, ohne Möglichkeit, sich zu etablieren, noch im Jetzt und zugleich im Noch-Nicht, nicht in bleibender Zeit, sondern im Medium der Zeit, die ihr noch bleibt. Resultat ist die Erfahrung, alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. 2. Timotheus 3, Vers 12 Der Martys, der Zeuge, geht ins Martyrium. Die Offenbarung Johannes offenbart das Schicksal der beiden Zeugen, die für das Volk Gottes aus dem Alten und aus dem Neuen Testament stehen. Sie werden von dem apokalyptischen Tier aus dem Abgrund überwunden werden. Offenbarung 11 und 13 Kirche hat im Letzten keine Zukunft, weil sie diese apokalyptische Existenz scheut und das Zeugesein, das notwendig ins Leiden führt, abwehrt. An seiner Stelle tritt die Suche nach geliehener Relevanz, sozial, politisch und kulturell, nach der Anerkennung der Eliten, die einem zusichern, dass man systemrelevant ist und etwas zu sagen hat. Vorletzter Punkt, elfter Grund, Kirche hat keine Zukunft, weil sie selbst sicher im Bewusstsein lebt, sie besitze eine Ewigkeitsgarantie. Die über anderthalb Jahrtausende anhaltende, immer wieder modifizierte, aber lange Zeit stabile Amalgamierung von Staat und Kirche, Gesellschaft und Religion, das oft vorschnell angekündigte und dann doch nicht eingetretene Ende der Volkskirche und schließlich die göttliche Bestandsgarantie nach Matthäus 16, Vers 18 und die Pforten des Hades werden die Ekklesia nicht überwinden. All das hat zu einer trügerischen Sicherheit und anmaßenden Bestandserwartung geführt. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Offenbarung 2, 5 Wie viele empirische Kirchen und Bewegungen in der Geschichte der Kirche sind aber bereits untergegangen und hatten keinen Bestand. Und muss man nicht ebenfalls unter Bezug auf ein Herrenwort damit rechnen, dass der auferstandene und erhöhte Herr einer Kirche den Leuchter selber wegnimmt, wenn sie nicht umkehrt? Führt ein weit verbreitetes Missverständnis von Confessio Augustana Artikel 7 nicht zu einer toxischen Verwechslung beziehungsweise Identifikation von Kirche Jesu Christi einerseits und historischen Kirchentümern andererseits? Nicht die Schrumpfung der Kirchenmitglieder um ein Drittel innerhalb von 10 Jahren. Nicht der Rekordaustritt von mehr als einer halben Million Kirchenmitglieder allein in 2019. Nicht der für 2060 prognostizierte Rückgang sind letztlich das Problem. Kirche hätte zu jeder Zeit die Möglichkeit aufzubrechen, aber sie tut es nicht. Wird sie es tun? Sie hat keine Zukunft, weil sie den Ernst der Lage nicht erkennt, weil sie nicht ernst macht mit ihrer Situation, weil sie, ich erinnere noch einmal an den Frosch im immer heißer werdenden Wasser, lieber verharrt im Weiter-So statt aufzubrechen, sich zu riskieren, wo sie bei Lichtbesehen gar kein Risiko mehr eingeht, weil das Verharren im Ist-Zustand die garantierte Marginalisierung bedeutet. Und nun der letzte Grund. Punkt 12. Kirche hat keine Zukunft, weil Kirche ihre Zukunftsfähigkeit verspielt, indem sie ihre Ressourcen für deren Reflexion aufbraucht. Wenn nur 10% dieser Provokationen stimmen, wenn man nicht alles in dieser Zusammenschau als pauschalisierend, ungerecht und unfair zurückweisen kann, wäre der Zustand der Kirche schon schlimm genug und anders genug, sofort und radikal zu ändern. Im Sinne der von Ernst Bloch getroffenen Unterscheidung zwischen biblischer und griechischer Prophetie darf man vorhersagen und ansagen, die Rezeption auch dieses Beitrages wird sich dem postmateriellen Mindset entsprechend vielfach und verbreitet auf Reflexion beschränken, auf Kritik an Pauschalisierungen, auf Hinweis auf Ausnahmen, auf relativierende Belege, es sei doch nicht ganz so schlimm. Genau damit würde aber dann der Befund einer entwickelten Veränderungsresistenz bestätigt. Es braucht ein Aufsprengen der Milieubefangenheit protestantischer Funktionseliten. Debattiert wird in ihnen ja bereits Jahrzehnte über die Zukunft der Kirche. Genau diese Debatten um die Zukunftsfähigkeit der Kirche nehmen ihr aber die Energien, die sie braucht, um Zukunft zu gewinnen. Solche Debatten sind der milieuspezifische Stil wohl nicht nur protestantischer Eliten mit Herausforderungen umzugehen. Gerade hier zeigt sich freilich einerseits die Milieuverengung des Leitungspersonals und andererseits, wie verhängnisvoll es ist, wenn dieses die Milieuverengung mit den ihr eigenen, nur begrenzten Lösungsressourcen perpetuiert. Gaben Vielfalt wäre nötig. Liberal-Intellektuelle sollen ruhig analysieren, Sozial-Ökologische müssen kritisieren, Traditionsorientierte sollen beten, aber es braucht auch die Performer, die in Bewegung bringen, machen und dafür sorgen, dass die Expeditiven ihre Kreativität und ihre Initiative einbringen können. Gaben Vielfalt unter Milieuperspektive. Aber dazu mehr in meinem zweiten Vortrag. Die ist Untertitelung des ZDF, 2020